Game Keys und Game Cards. MMOGA. Dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play My Summer Car. So, letzte Folge lief ja ein bisschen aus dem Ruder. Ihr habt selbst gesehen, was mit Hildegard passiert ist, das war nicht schön. So, und deswegen rasen wir jetzt ratzflatz. Nicht mit Hildegard, weil der Wagen ist ja wirklich komplett in Ordnung. Ich möchte den Wagen auch nicht weiter kaputt machen oder strapazieren. Die Karre läuft, sie ist rallye bereit. Rallye mit W, rallye bereit, so. Oh, das ist das erste Mal, dass wir nicht durch die Gegend fliegen, unfassbar. So, hier ist noch die Nossflasche drin. Die schmeiße ich jetzt ganz kurz hier so durch die Motorhaube rein. Durch den Kofferraum, meine ich. So, wunderbar. Habt ihr gesehen? Der Wagen ist ein Stück runtergegangen. Das ist cool. Nicht schlecht. So, wir fahren mit unserem Würstchen im Mobil, würde ich sagen. So, sehr schön. Lang, lang ist es her. Ist das schön. Ja, heute kommt auch Formel 1 wieder. Komischerweise donnerstags. Warum? Es gab ein außergewöhnliches Rennen. Und das bin ich gefahren und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie sauber er doch angeht, oder? Erstmal schön über die Grube drüber gehüpft. So, wunderbar. Zack. Ich gebe ihm. So, das heißt, wir bringen jetzt erstmal den Brief weg. Auf diese Reifen, die wir jetzt bestellen, auf die Felgen, die wir jetzt bestellen, kommen dann später die Drag-Reifen drauf. Damit wir auch am Drag-Trip ein bisschen fahren können. Und ich denke mal, das würde auch ganz lustig werden. Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre noch ein Anhänger, wo ich das Fahrzeug selber drauf fahren kann. Das fände ich so richtig, richtig mega geil, wenn es das noch geben würde. Des Weiteren habe ich ja schon überlegt. Es gibt ja hier auch... Wie heißt es? Es gibt auch die... Wie heißt denn das nochmal da hinten? Ist das ein Bergbaugebiet da hinten, wo nur Schutt ist und so? Da könnten wir auch gerne mal mit Hildegard hinfahren und mal ein paar Runden drehen. Das sieht so ein bisschen nach verlassener Rennstrecke aus. Jetzt hätten wir fast den armen alten Mann wieder platt gefahren. Also wenn der nicht bald aufhört damit, hier einfach über die Straße zu laufen, dann weiß ich auch nicht. Das ist lebensgefährlich. Wann versteht dieser Mann das endlich? Oh mein Gott. Ah, Opa! Was ist los, Mann? Oppös! Mensch! Nachdem er mir gesagt hat, dass das übrigens mein Opa ist, behandle ich ihn natürlich mit Respekt. Und denke mal, dass Opa einfach nur Knacks weg hat. Er ist halt ein bisschen bescheuert, aber was soll ich dran ändern? Was ist Opa? Mensch, Opa, was ist los hier? Du musst einen Gang einlegen, sonst wird das nix. Mann, 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 Mann. Was sollen wir nur mit Opa anfangen? Wisst ihr? Das ist ein armer alter Mann, der hier im Kreisel fährt. Ja, da spielt jemand ETS-2 aus meiner Steam-Freundschutzliste. Auch cool. Es wäre cool, wenn ich hier an dem Fahrzeug noch die Felgen ändern könnte. Und auch die Bereifung. Ich würde glatt hier auch die Cross-Reifen draufsetzen. Einfach aus dem Grund, weil sie eine sehr gute Haftung haben. So, dann können wir nämlich tanken, dann können wir alles fertig machen. Und dann ist es fast schon so weit, dass wir endlich bald die Rallye fahren können. Schade, dass der keine sechs Gänge hat. Oder hat der die... Nee, ne? Nein. Nur der Große hatte sechs Gänge. Einer schrieb ja auch in die Kommentare, es cool wäre, wenn mal Samaka sechs Gänge hätte. Also Hildegard sechs Gänge wäre geil. Gibt es ein Mod für? Bringt natürlich eine enorme Hochgeschwindigkeit mit sich. Das ist schon ganz cool. Also die ganze Übersetzung ist halt anders. Ist das schön. Das Schlimme ist, es macht immer wieder Spaß, mal Samaka zu fahren, Leute. Also es gibt keinen Tag, wo ich hier sitzen würde und denke, boah, kein Bock auf Aufnahmen. Auch nur dieses Hin- und Herfahren macht einfach tierisch viel Bock. Weil man weiß eigentlich nie, was passieren kann. Es könnte jetzt passieren, dass hier aus der Ecke der Hirsch kommt. Wir fahren den Hirschblatt. Dann stehen wir da. So, da sind wir nämlich schon da. Mann, ey, Quatsch. Dahin muss ich ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass ihm die Leistung geklaut wurde. Er fährt so langsam. Das ist unfassbar, Leute. Der Van braucht einen Upgrade. Und wenn es ein fetter Turbolader ist. Und das wäre geil, wenn man sowas machen könnte. Oder meist Samaka mit einem fetten Turbo. So richtig großen oder so. Oder Kompressor. Wäre auch schon geil. Aber leider werden wir das, glaube ich, erstmal nicht erfahren. Ich denke mal, da ist die Priorität ganz anders. Das, wenn die überholen, Leute, ne? Das ist so gefährlich. Die überholen nicht ganz normal. Easy going. Nein, die überholen immer sehr, sehr riskant. Und achten auch gar nicht, ob da jemand kommt. Die überholen so wie ich. Und das geht nicht. Das kann man nicht machen. Und was das hier wird, das weiß ich auch noch nicht. Das ist so das Mysterium des Jahrhunderts. Achso, vielen Dank übrigens in den letzten Folgen für die Tipps, was auch das Ernten angeht. Und zwar kann man das skillen. Das wusste ich auch nicht. Also man kann sich verbessern. Irgendwann braucht man nur noch so 20 Mal auf den Obstbaum klicken und dann zack. Hat man schon, so gesehen, gesammelt. Nein. Ich stehe aber schon arg in der Schräglage. Boah, man darf nicht ausrasten. Das ist der Hammer. Warum zur Hölle laufen die einfach hier rum? Könnt ihr mir mal verraten, was die zwei wieder für ein totales Problem mit sich selbst haben? Das ist unfassbar. Ich bin gleich wieder tot, weil er mich anfährt oder so. Der Typ geht mir so auf den Sack. Ich finde das übrigens praktisch, dass hier ein Pö zum Tanken ist. Das ist das Beste, was bei uns passieren konnte. Aber es macht mir Angst, seinen Motor zu hören. Der Kerl hat viel zu viel Leistung in seiner Karre. Dem drehen nur die Reifen durch. Das war es. 52 Mark. Das ist ja nix. Okay, er verpisst sich wenigstens. Da hat der Brief. Leck mich am Arsch, Leute, echt. Guckt euch mal die Preise hier an. Der Unterschied. Das ist eine Mark 30 ungefähr. Und das ist viel Geld. Und wir tanken ja nicht wenig. Wisst ihr, wir tanken ja echt oft. Schwups. Zack, jetzt ist der Brief schon weggebracht. Hallo. Ich wollte mal ein bisschen einkaufen. Und zwar... Ein paar Chips. Ein Kasten Bier brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, wir kaufen dich einmal ganz kurz leer, Junge. Ist das okay für ihn? Ja, ne? Du Otto. Ich hasse diese Lache. Die geht mir so auf den Sack. Das ist ganz schlimm. Ja, ich nehme alles mal mit. Mach's gut. Schönen Tag noch, Jungen. Ändern sich die Preise eigentlich zum Wochenende? So, warum habe ich das gemacht? Ich möchte gerne den Vorratsschrank ein bisschen füllen, dass wir einfach immer genug da haben, falls wir mal irgendein Projekt starten wollen, einen Kaffee trinken oder so. Dass wir nicht da Ewigkeiten drumherum probieren müssen, ob wir jetzt Kaffee da haben. Somit haben wir einfach immer alles da im Vorratsschrank und dann ist auch gut. Jo, schönen Motor aufheulen lassen, dann losdüsen. Ich frage mich gerade, ob es vielleicht am Empö liegt, dass wir weniger Leistung haben. Boah, das hier ist schon ein Limit für diese Chore in der Geschwindigkeit. Sehr gut. Hat aber geklappt. Alles ist okay. Ach so, am Samstagmittag wird der Car-Porn vom Mustang hochgeladen. Das Video dauert vielleicht eine Minute 30, eine Minute 40. Mehr nicht. Aber ich hoffe einfach, diese eine Minute 30, eine Minute 40 wird euch viel... Oh mein Gott, Achtung! Oh, weia! Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Das war der Unfall meines Lebens, glaube ich. Hätten die zwei Fahrzeuge ein realistisches Schadensmodell, sei das echt böse aus. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr freut euch auf das Video. Ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Ein bisschen. Ich denke mal, ich werde noch so eine Art Pflegevideo hochladen. Also ich mache ihn ja jetzt demnächst für den Winter-Weddy. Bedeutet, er wandert in den tiefen Winterschlaf und wacht dann im Sommer wieder brachial auf. Dann bekommt er auch seine erste Inspektion. Darüber werden wir auf jeden Fall berichten. Und ich hatte auch schon Firmen angeschrieben, wie Sonax und so, ob sie vielleicht Interesse hätten an einem Videoprojekt, aber leider unterstützen sie nur Videochannels, die sich um Autos handeln. Ich meine, wir sind zwar ein reiner Gaming-Channel, wir fahren aber Auto. Nein, Spaß. Also die Firma Sonax ist schon ganz korrekt, definitiv. Aber leider nicht. Nichts für uns geworden. Ich mag diese Brücke einfach extrem. Das ist der Hammer. So, und noch müssen wir nicht darüber. Und nein, ich bin nicht betrunken, Leute. Der Wagen fängt irgendwann einfach so an zu schleudern. Damit müssen wir klarkommen. Wenn wir nicht übertreiben beim Lenken oder so, klappt das auch alles. Dann schaukelt er sich auch nicht zu extrem auf. Dann bleibt alles locker flockig und gut ist. Sieht dafür aber sehr lustig aus. Das Wackeln jetzt. Wackeln mit die Hüfte. Ich mach gleich lecker Bolognese, Leute. Was haltet ihr davon? Der Gag ist, irgendwie wackelt nur das Fahrerhaus. Der Rest bleibt einfach ganz chillig. Kurz vom Gas runtergehen und schon ist das Wackeln weg. Also das ist jetzt nichts voll dramatisches oder so. Es ist halt nur gewöhnungsbedürftig, weil in einer anderen Zeit nervt das Wackeln dann doch schon sehr. So, laut meinen Berechnungen dürfte Opa jetzt nicht kommen. So flott ist der alte Mann nämlich mit seinem LKW nicht, wollte ich gerade sagen. Mit seinem Auto nicht. Von daher dürfte es gut gehen. Verfickte Scheiße. Bis morgen, Leute. Tschüss.